Come on Vienna! Hallo Fans und Freunde der Vienna! Es ist 8 Uhr in der Früh und ich bin schon unterwegs zu einem Vienna Match. Heute geht es gegen den SV Fortuna 05 auf die Grotenbacher Alm. Und wir fahren mit dem Heugen Express. Da freue ich mich schon am allermeisten. Danke an den Oli, der das organisiert hat. Deswegen geht es jetzt ab auf die hohe Warte zum Treffpunkt. Ich hoffe, es sind viele Leute da heute am Feiertag. Frohn Leichnheim ist, aber ich bin zuversichtlich bei dem herrlichen Wetter. Und bei den schönen Spiegeln ein kleines internes Bezirksterby heute. Also, bis gleich! Come on Vienna! Dipp! 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 Das war ein geniales Spiel gegen eine SV Fortuna 05, ja gut gewonnen, 3 zu 0, das lässt sich gefallen, nachher gab es noch Party, fragt sich wie lange, und heute zweites Spiel gegen einen Wiener Sportklub, Freundschaftsspiel, aber bevor es losgeht noch die Damenmannschaft, heute Kalfinale in der 3. Liga, das müssen wir uns unbedingt anschauen, und natürlich mächtig Support, also bis gleich, kommen Vienna! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hallo Freunde der Vienna, das ist Stefan Bolleschalb und er ist Kamen-Wiener. Emotional, leidenschaftlich, schlicht und einfach Stefan... Danke der Kribi! Musik 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 Musik